Schnitt! Ich wollte immer zu einer Spezialeinheit gehen. Ich wollte Lokomotivführerin werden. Und in Zeiten, wo die Eisenbahnen noch mit Dampf gefahren sind. Meine Mama wollte, dass ich Arzt werde, und das wollte ich dann auch eine Zeit. Dann wollte ich Anwalt werden, weil Anzüge sind cool und eine Aktentasche. Ich wollte Archäologin werden. Ich wollte Schätze heben in Ägypten. Tierärztin, Sängerin, also wirklich im Kindergarten- und Volksschulalter. Es ist immer noch mein Traumjob oder Traum, das ich machen will. Outro Inna Inna Vielen Dank.